und damit hallo herzlich willkommen mein name ist chris das ist chrisplay und wieder ein kurzes infovideo für euch ja heute mal so denn ich bin gerade unterwegs und habe es heute vormittag leider nicht mehr geschafft noch ein infovideo zu machen da mein pc etwas streikt ich musste auch gerade ein paar teile holen ja kurzes infovideo wie gesagt heute 20 uhr live stream survival of the fittest und ja ein paar leute sind mit dabei wir werden ranked spiele machen und ja ich hoffe ihr kommt zahlreich vorbei und schaut euch das spektakel an gestern aber zweimal gewonnen ja wie gesagt heute 20 uhr das ganze wird auf twitch stattfinden also ja schaut vorbei wird mich freuen bis heute abend